Ich fuhr nicht schnell. Ich wollte nach Hause, verstehst du? Sie stand einfach so da, mitten auf der Straße. Ich hätte drei Sekunden später kommen können. Ja, okay, deine Mutter ist tot. Aber Pat, sie hat sich auf die Straße gestellt und hat sich überfahren lassen. Einfach so überfahren lassen! Es ist vielleicht sinnlos, dass ich hierher gekommen bin. Ich weiß wirklich nicht, ob ich hier bin. Es ist nur, dass ich manchmal träume also von dem Unfall und von... und dann bin ich... ich weiß nicht... Scheiße, warum das sie hier haben? Was passiert ist, was sie umziehen? Habt ihr es doch gewollt! Ich denke, sie hat auf mich gewartet. Sie hat gewartet, dass ich komme. Sie hat alle anderen Autos vorbeifahren lassen. Das ist doch krank! Ich will ihre Sachen sehen. Hier! Ich will die Scheiße noch trinken! Ich will die Scheiße noch trinken! Hier! Aber lass mich in Ruhe! Also was ist? Nur in dich gefahren! Ich sagte doch, ich bin müde! Dann nehmen wir doch ein paar Tage frei! Verschone mich mit deinem dämlichen Ratschen! Der wird sicher wieder zu sein. Er ist Kussling. Er hat einfach nur abgehört zu leben. Ich kann es nicht anders.